Sooo, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von S.T.A.R.I. Parade. Was könnte es sein? Stanley hat entschieden, zu gehen in die Gespräche. Vielleicht hätte er einfach ein Memo verloren. Die Tür kann ich nicht schließen. Ja, den Anfang kennen wir ja alle schon, Alter, das leckt gerade übelst, weil 2000 Programme noch im Hintergrund bei mir gerade laufen. Wenn Stanley zu einem Set von zwei öblichen Türen kam, hat er wieder nach rechts. Das war nicht der richtige Weg in die Gespräche, und Stanley wusste es perfekt. Vielleicht wollte er erst bei der Arbeitgeberlounge stoppen, um es nur zu erinnern. Wow, ja, dieses ROOM. Wie ein schönes ROOM. Wie ein gorgeous, GORGEOUS ROOM. Danke, dass Stanley hat diesen Weg gebracht, auf seinem Weg zu der Meeting Room. Life ohne diese ROOM zu erleben war, war jetzt zu horribisch, sogar zu consider. Okay, gut. Ich will noch mal zu den Türen. Stanley war so schlecht an der entsprechenden Direktionen, es ist unglaublich, dass er nicht fünf Jahre alt war. Oh Gott, da gibt es noch so viele Möglichkeiten, dass wir den Weg aufstehen. Ich glaube, dass wir vielleicht auf den falschen Fuß hier sind. Ich bin nicht deinem Gegenwart, wirklich, ich bin nicht. Ich verstehe, dass investieren in deinen Vertrauen in jemanden kann schwierig sein, aber das ist, dass die Geschichte über nichts, sondern dich, all diese Zeit. Das ist jemanden, den du verletzt hast, Stanley. Das ist jemanden, den du vergessen hast. Was? Wirklich? Ich war in der Mitte von etwas. Hast du keine Erinnerung für die anderen? Hast du so überzeugt, dass ich etwas Schlimmes zu passieren möchte? Warum? Ich weiß nicht, wie ich dich davon überzeugen möchte, aber ich möchte wirklich dir helfen, dass ich dir etwas schönes zeigen möchte. Schau, lass mich das zeigen. Lass mich das zeigen, dass ich auf deinem Seite bin. Gibt es eine Chance. Jetzt, hör dich vorsichtig, das ist wichtig. Stanley ging durch die roten Tür. Und durch die blaue Tür. Vielleicht hast du verstanden. Stanley ging durch die roten Tür. Ich will wissen, was passiert, wenn ich andere... äh... ...eine Uhr sogar da unten... Stanley ging... Du willst so schlecht wissen, was da drin ist? Du willst wissen, was am Ende dieser Straße liegt? Du hast die Welt gewählt. Lass mich dich nicht stoppen. Juhu! Du siehst? Es ist nichts hier. Ich habe noch nicht zu verbinden, diese Sektion des Mappes, weil du nicht hier in den ersten Platz sein solltest. Breschene Räume, veröffentlichte Entwickler-Texturen. Ist das, was du wolltest? War es wert, die ganze Geschichte, die ich speziell für dich geschrieben habe? Du glaubst nicht, ich habe viel Zeit in das? Weil ich es gemacht habe. Und im Endeffekt war es alles für nichts. Weil das ist, was du gesehen hast. Hilf mir hier, Stanley. Hilf mir, die wunderschönen und unkönnenden Werte von dir. Was hätte das Spiel besser gemacht? Was möchtest du sehen? Vehikel? Skilltreys? Wird beide sein wirklich geil, muss ich sagen. In so einem Spiel so ein Skilltree? Zum Beispiel, dass ich springen kann. Ich kann nicht springen, aber dafür bitte. Oh. Okay. Okay. Wie geil! Das ist jetzt relativ klein. Das fand ich schlecht. Wann ich total scheiße mit meiner Entscheidung? Oh Mann ey, Telefon halt's Maul. Hm, hat funktioniert. Ich denke, ich habe ihn aus dem Park mit diesem. Lass uns mal schauen. Was? Oh dang. Complete against Assassin, Proof, your standard for me. Warum fragst du nicht ein paar Freunde um Hilfe? Fehler, Freundesliste ist leer. Genial. So, das fand ich sehr gut. Das kompetitive Leaderboard hilft dir motiviert, um durch die Tür zu gehen. Wieder ehrliches Antworten bitte. Hey, ich habe fast vergessen. Ich habe ein Prototyp eines neuen Spiels. Okay. Okay. Da ist das dann wohl dasselbe. Ähm, dann werde ich, wenn das jetzt gleich wieder Dings ist, Minecraft. Müsste das da sein. Ah ne, das Baby genau. Ich muss mal eben ganz kurz. Gucken. Ähm. Ähm. Trophäen. Gibt es dafür eins, dass man wirklich vier Stunden lang auf den Button klickt? 888, keine Ahnung. Ähm. WTF? WTF? Das ist ein Achievement. WTF? WTF? Das Spiel durchspielen, das ist wahrscheinlich Story. WTF? 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 Das Babygeschrei geht mir voll auf den Sack. Der Erzähler ist echt das Beste an dem Spiel. Wer ist eigentlich das Spiel? Ich gehe mal davon aus, dass das dann wieder dasselbe ist, deswegen erspare ich das jetzt und mache direkt noch einen Spürdurchlauf, wo ich dann mal einen anderen Weg nehme. Also ich bin jetzt schon im Dings drin geblieben und so, aber... Wahrscheinlich ist es wirklich einfach nur, dass ich in den Meeting kam. Es war nur ein Punkt der Zeit, bevor er die anderen gefunden hat, woher sie waren. Nur ein Punkt der Zeit. Wenn Stanley zu einem Set von zwei öbten... Das war nicht der richtige Weg in den Meetingraum und Stanley wusste es perfekt. Er wusste es ganz genau. Kann man die zumachen? Schade. Wäre geil, wenn man die Tür zumachen könnte. Stanley war so bad at following directions, es ist unglaublich, dass er fünf Jahre alt war. Ich denke, dass wir vielleicht auf den falschen Fuß hier sind. Ich bin nicht dein Enem, wirklich, ich bin nicht. Ich verstehe, dass investieren in deine truste in jemand anderes wird schwierig sein. Aber die Geschichte ist, dass die Geschichte nichts mehr über dich, all diese Zeit. Das ist jemanden, den du hast, Stanley. Das ist jemanden, den du vergessen hast. Bitte, stopt zu versuchen, dass jede Entscheidung von dir selbst zu machen. Ich frage mich nicht, ich frage mich. Ich frage mich für sie. Für wen? Das ist es, Stanley. Deine Chance, dich zu retten. Deine Arbeit aufzunehmen. 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 Okay, dunkler Raum. Wow. Die Tür kann ich nicht öffnen. Kann ich den Stecker rausziehen? Was? Was? Was die Neue? Was ist dennной? Nein, es ist definitiv hier. Hier ist es klar. Stanley nimmt die Telefonnummer. Er ist zu seinem Apartment, wo er seine Frau befindet. Die beiden sich mit einem anderen befinden. Musik kommt in. Fade to white. Ruhige Kredits. Nicht die Telefonnummern ist eigentlich eine irgendeine Ausstellung. Wie ist das überhaupt möglich? None von diesen Entscheidungen haben wir überhaupt nichts. Ich verstehe. Wie hast du... Was? Was? Wait a second. Did I just see... No, that's not possible. I can't believe it. How had I not noticed it sooner? You're not Stanley. You're a real person. I can't believe I was so mistaken. This is why you've been able to make correct and incorrect choices. And to think I've been letting you run around in this game for so long. If you've made any more wrong choices, you might have negated it entirely. It's as though you completely ignored even the most basic safety protocol for real-world decision-making. Or did you not grasp the severity of the situation? Well, I won't have that kind of risk on my watch. I'm going to stop the game for a moment so we can educate you properly on safe decision-making in the real world. Please observe this helpful instructional video. Okay. Choice. It's the best part of being a real person. But if used incorrectly, it can also be the most dangerous. For example, in this scenario, a hypothetical real person named Steven has a choice. He could spend years helping improve the quality of life for citizens of impoverished third world nations. Or he could systematically set fire to every orphan living in a 30-kilometer radius of his house. Which choice would you make? Remember that unlike here, the real world makes sense. And at no time should you make a choice that does not conform to rational logic. If you find yourself speaking with a person who does not make sense, in all likelihood, that person is not real. Allow the person to finish their thought, then provide an excuse why you cannot continue talking. Turn to a partner and practice saying, My goodness, is it 4.30? I'm supposed to be having a back sack and crack. Okay. Frames gehen gerade derbe in den Keller. 1 Frame habe ich gerade. Ah, jetzt wieder 10. Schwankt voll. Excellent. Making choices on a regular basis is the best part to a healthy decision making process. Most medical professionals recommend making at least 8 choices per day. Do you make more than 8? Less? And finally. If you begin to wonder if your choices are actually meaningful and whether you'll ever make a significant contribution to the world, just remember that in the vast infiniteness of space, your thoughts and problems are materially insignificant. And the feeling should subside. At this time, your instructor will guide you in an exercise to test and reinforce the material covered in this video. Ah, welcome back. You may have noticed that this room has begun to deteriorate as a result of narrative contradiction. But not to worry. Now that you're properly informed on good decision making, we're going to revisit a choice you made just a few minutes ago. And see what the correct thing to do would have been. This way please. Schade. Kann ich nicht zumachen. Allerdings mache ich hier nochmal ein ganz kurzes Päuschen. Wir sehen uns gleich wieder. Ciao. So, ich melde mich wieder zurück nach der Essenspause gerade. Und der Raum hier ist echt ein bisschen fucked up. Warum ist da oben ein drittes Geländer? Und warum ist dort eines? Voll verwirrend. Ah. So, wo sind wir denn hier jetzt in einem Lagerhaus mal wieder? Ah, okay. Wir gehen jetzt wieder zurück, also. Jetzt haben wir hier einen Lager. Jetzt haben wir hier einen Lager. So, jetzt habe ich hier gerade gar keine andere Wahl. So, es klang gerade so, jetzt wird die aufgehen. 450. Für irgendein Raum gab es auch noch eine Trophäe. Glaube ich. Ah. Nein! Why did you do that? Quickly, hurry back in the other direction, perhaps we're not too late. What the fuck? Voll creepy hier. What the fuck? Jetzt bleibt mir keine andere Wahl. Na gut. Ah, kurz vor zwölf. Vielleicht sind alle bei der Mittagspause. It's ruined. I can't believe after everything we talked about that you, my story, you've destroyed my work. Why? For what? What did you get out of that? What did you think was so special about seeing the game undone? Left here like so much garbage. It's worth this now. And what am I supposed to do? Even if there were a way to continue, would it be worth it? To know that my story is now incorrect? How can I go back to that? I can't erase that knowledge. I'll have to live with it forever. Reliving its impossibility forever. I couldn't live that way. Is it better to shut the game down entirely? To willingly destroy all of my work? Come on. I don't know. What's the answer? What do I do? What do I do? What do I? No, I have to. I have to shut the game down. I have to. I have to. I have to. Paper guy? What the fuck? What the fuck? You thought you were so clever. Now look where we are. My entire game is destroyed. There was anything in the world that was mine and you run it into the ground. What? Did you think that would be funny? You just had to see? I didn't impress upon you how important it was to be like Stanley. He actually knows how to do what I tell him to. He understands that if I say to do something, there's a damn good reason for it. That thought hadn't even occurred to you, had it? That there's a world outside of you. You're a child. Oh. My story. If you'd just gone through the door on the left, you would have seen it. There was a whole underground facility. You would have destroyed it and been victorious. It would have been so perfect. I worked so hard on it. I tried so hard. I don't know if you'd just behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. I'm sorry, there's a weird guy I've come. No! Why did you do that? Quickly, hurry. ...Is behave exactly as Stanley would. Alles klar. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Okay. Now we'll do that. Now we're so happy, right? Whoa. Oh, and everything is here, huh? Okay. Let it go all up inside you, toggle. Passive, aggressive, you're not the cover. Hey, not so quickly. We're talking about this, we're talking about this, we're talking about this, we're talking about this, we're talking about this. We're talking about this. Good idea show. Or PowerPoint presentation numbers. Slides charts. Charts on slides. Great adventures on the same slide, the same information. Not increasing. Please no more. The boss. On your boss. The top 20 things you love most about your boss. If you ever punch yourself in the ground, I wasn't. Full viele Klammern. Talk Radio. Mitosis. Pflanzenleben. Spring Break. Tips for not getting fired. Don't get fired. So, the here will I also look at. Colorad segment. Stock market is somewhere here. Stripes. What is hot. What do people want? Things. Money. Mike James, you're fired. Happiness. More money. Things, but with money to buy more things. Graphs. Graphs about things and money. We have our new product. How cool. Okay, it's a bit too much to read. To do, synergize, core value, expenditures. Whatever. So. Oh. Room Closet. What? The fuck. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Yeah. Runter geht ja auch nicht. Wer hat das hier denn schon wieder gebaut? Mann. Oh. Schade. Noch weiter geht's nicht. Alter, das nenne ich mal Chefetage. Geil. Stühle. Muss sein. Oh. Schade. Dude. Der hat kein Gesicht. Der hat kein Gesicht, der krieg. Der krieg's. Der krieg. Schockt, unbequem, Stanley wondered in disbelief, who orchestrated this. Until he saw the door with a Voice Receiver next to it. Surely behind this door lay all the answers to his questions. And beyond all probability, he knew the passcode. He had seen it on his boss's computer just last week. Nightshark 115. Was this the code to open the door? Would it still work? There was only one way to find out. Stanley had been trained never to speak up. But now, he would draw from within himself the courage to face the unknown. He drew a sharp breath, and then spoke the code. Yes. And how? Is there any... Stanley spoke the code, Nightshark 115. He spoke it into the receiver, right there on the wall. Yes. It's the one here, right? Yes. Okay. Fine. You're not gonna do it. But you know what? It's pretty humiliating to bring you this far. Only for you to suddenly decide you have better things to do. I asked you for this one single thing, for your respect. The kind of respect Stanley shows for his choices. He knows what it means to take a story seriously. If you didn't want to see what I had to show you, then why did you come here? You had a choice, you know. You could have gone through the door on the right. You could have done whatever the hell you wanted over there. Why did you come this way? Speak. Say something to me. Explain yourself, you coward. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. What the fuck? Stanley? Hello? Are you... Is everything okay? Stanley, please. I... I need you to make a choice. I need you to walk through the door. Are you listening to me? Can you hear me? Is everything alright? Stanley, this is important. The story needs you. It needs you to make a decision. If you cannot exist without you. You understand? Whatever the time you make, it's just fine. They both collect you. You can't be wrong here. We can work together. I'll accept whatever you do. I simply need you to take that step forward. Please. Choose. Do something. Anything. This is more important than you can ever know. I need this. The story needs it. So... Are you there? Are you there? Are you listening to this? Stanley, are you there? Okay. Okay. It's okay. Okay. Mr. Mekki. Time to make sure your choice is correct. That is the best choice. That's alright. I'll wait for you to decide, what's the right thing to do. Take as much time as you need. What the fuck, ey? Scheiße, man. Das Spiel macht voll Laune. Ich werde allerdings wahrscheinlich nochmal das eine Ende spielen müssen. So oder so, wobei nicht so oder so, eventuell hänge ich das hier noch hinten dran. Andernfalls hänge ich das an die erste Folge sogar noch dran und zwar das Ende vom, ja, das, was ich da halt gemacht habe. Deswegen beende ich hier jetzt gerade mal kurz und entweder dann direkt hier nach sehen wir uns gleich wieder oder aber am Ende der ersten Folge kam das schon. Bis dann.